Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, wir werfen wie immer einen Blick auf Bitcoin und auf Ethereum und beantworten die Frage, wann kommen endlich die 30.000 Dollar, die ich schon vor zwei Tagen angekündigt habe, die aber immer noch nicht da sind. Wir werden es heute vielleicht, vielleicht auch nicht erfahren. Auf jeden Fall, bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates und Signale, sowas wie unseren Goldtrade, der momentan immer noch läuft, wo ich dann auch gleich nochmal ein Update dazu geben werde, kommt da gerne rein. Link unten wie immer in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, starten wir gleich durch. Ricky hat gerade schon mal ein bisschen News gepostet. 2 Trillion, also 2 Trillion could be injected into the US Banking System. Wow, endlich wird wieder Geld gedruckt. Wir sind voller außer Rand und Band Bitcoin bei 24.600 US-Dollar und das ist noch nicht alles, denn ja, die Credit Suisse wird auch gerettet. Und juhu, 54 Milliarden werden hier von der Schweizer Nationalbank zur Verfügung gestellt. Ist das nicht wundervoll? Das Geld fließt in den Markt. Das ist das, was wir uns gewünscht haben, oder? Das wollten wir seit Monaten. Endlich wird wieder Geld gedruckt. Die Party kann steigen und Bitcoin juckt es. Erst einmal noch nicht so wirklich. Also wir sind momentan bei ungefähr 24.500 US-Dollar. Wir konsolidieren hier ein bisschen, ist jetzt aber auch nach diesem ganzen steilen Anstieg, den wir jetzt hinter uns haben, nicht wirklich verwunderlich. Also es tut dem Markt auch mal ein bisschen gut, ein bisschen zu recovern. Trotzdem wäre es meines Erachtens nach ein bisschen besser. Wir kriegen nochmal so einen kleinen Flash, Flash, Crash, um das zu sagen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir hier nochmal Richtung 18k gehen, sondern eher, dass wir nochmal hier runter gehen in den Bereich 22.140 US-Dollar bis 22.600 US-Dollar. Einerseits, um diese Range, die wir hier gebildet haben, nochmal zu retesten. Die zeige ich euch ganz mal ganz kurz auf. Also hier ziehen wir jetzt mal eine blaue Linie. Also dieser Bereich hier, wo wir im Vorderrein viel, viel Widerstand hatten, nicht drüber gekommen sind. Auch hier nochmal ein bisschen Komplikationen. Und natürlich das Golden Pocket nach jetzigem Stand auch liegt. Deswegen 22.1 bis 22.6. Das ist so momentan mein nächster Re-Entry für eine größere Long-Position. Und dann sage ich mal den Move mindestens, und daran hat sich nichts geändert, bis 26.5, wenn nicht sogar 26.8 mitzunehmen. Das ist so ein bisschen das vorübergehende Ziel, was ich das erste Mal habe hier oben. Einerseits, um die Liquidität dort oben zu fischen. Andererseits, weil wir immer noch Ineffizienzen hier oben drin liegen haben. Und jetzt gehe ich wieder auf meinen Daily-Timeframe, was mir momentan sehr, sehr gut gefällt. Ziehen wir uns mal hier das FIP-Level vom letzten Pump bei 25k bis zu unserem Korrektur-Level. Und dann haben wir hier oben halt eben auch diese ganzen, ja sage ich mal, Übereinkünfte, die hier einfach liegen. Uch, jetzt habe ich das FIP-Level ein bisschen falsch gezogen. So, jetzt seht ihr es aber. So, einerseits das 1,272 FIP-Level, wo hier eben genau an unserer Ineffizienz liegt, die wir hier drüben sehen. Andererseits dann dieses 1,618, diese 28.600, 28.700 US-Dollar. Das ist so momentan das Maximum, was ich sehe bei Bitcoin. Bevor wir nochmal eine größere Korrektur sehen. Wo diese Korrektur dann hingeht, müssen wir uns dann von, ich sage jetzt mal, Level zu Level angucken. Aber momentan wäre das für mich erst einmal das Top. Und das haben wir auch schon längere Zeit immer wieder gesagt. 28.000 US-Dollar bis ungefähr 32.000 US-Dollar. Das ist so unser Level, wo wir im Blick behalten sollten. Hier wird entschieden Bullen- oder Bärenmarkt. Und damit bleibe ich auch weiterhin bei meiner Meinung. Diese 32k hier oben, brechen wir die nachhaltig durch. Und hier seht ihr oben, 2,618, da habe ich gestern auch schon dazu gesagt, ist ein riesiger Support. Beziehungsweise ein riesiger Widerstand. Sollten wir hier eine Bestätigung dann in Richtung 28k sehen, dann können wir auch die 40k sehen. Also es ist schon diese 40k, die ich gestern angedeutet habe, die sind möglich. Aber es ist halt einfach noch ein bisschen Haufen Arbeit davor. Deswegen gehen wir jetzt zurück in die kleineren Timeframes, 2 Stunden Timeframe. Schauen uns das Ganze nochmal hier ein bisschen genauer an. Machen das große FIP mal weg. Also wie gesagt, Entry momentan 22.000. Ich sage jetzt mal 700, ein bisschen lieber vor dieser Grenze, weil diese Level immer sich ein bisschen von Börse zu Börse unterscheiden. Sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. Dann hätten wir das Void gefüllt. Wir hätten hier zwischen 0,5er und Golden Pocket einen schönen Support. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal vom Trade-Technischen an. Wären wir hier bei 4,19%. Also gegebenenfalls, wenn dann das Setup in die Telegram-Gruppe reinkommt, werde ich das hier nochmal ein bisschen aufsplitten. Das heißt, erster Entry wäre dann hier. Der zweite dann eher so in Richtung 0,65er, damit wir hier einfach noch ein bisschen Luft zu atmen haben und dann unser Risk von 4,19 vielleicht so auf 2,6, 2,5% irgendwie runterkriegen, um dann auch hier unten noch ein bisschen Puffer zu haben. Nicht, dass wir dann wegen, ich sage jetzt mal 0,1% oder sowas ausgestoppt werden. Also das ist noch ein bisschen in Planung, aber behaltet mal das im Blick. Sollten wir hier runterkommen, ist das auf jeden Fall erst einmal für mich persönlich ein Long-Signal, um dann, sage ich mal, die Reisen nach oben hin fortzusetzen. Sollten wir jetzt zuerst hier hochkommen in Richtung 0,26, dann wäre hier oben ungefähr momentan das erste Short-Szenario, weil ich dann eher davon ausgehen, das ist jetzt momentan so, der zweite Plan sollte doch heute ein bisschen mehr Bullishness in den Markt kommen, dass wir hier erst hochgehen und dann runter und dann versuchen nochmal einen Abtrend zu bilden in Richtung 0,28 bis 0,30k. Also die Level, die wir jetzt eben gerade angesprochen haben. Ja, um noch ein bisschen kurz Werbung dazwischen zu machen, wenn ihr noch eine Börse sucht, dann gerne bei BingX anmelden. Dort könnt ihr euch bis zu 1.000 Euro Futures-Bonus holen. Also immer wieder coole Aktionen, auch natürlich gerne bei denen in die Telegram-Gruppe reinjoinen, wenn ihr da Bock drauf habt. Da sind nämlich auch jede Woche ein paar Aktivitäten, wo ihr auch ein bisschen was abstauben könnt. Und damit habe ich genug Werbung gemacht, aber Link unten in der Videobeschreibung, da spart ihr auch nochmal 10% auf eure Gebühren. So, gut. Gut, ähm, habe ich gut gemacht. Nee, Spaß. So, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell rüber zu Ethereum. Schauen wir uns das auch nochmal ganz kurz an. Auch hier warte ich immer noch so ein bisschen auf meinen Long-Entry. Wir haben einerseits noch nicht diese Daily-Demand-Zone bei den 1.606 US-Dollar abgeräumt. Gefällt mir noch nicht so wirklich gut, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich würde jetzt dem Kurs hier hinterher rennen. Man sieht auch von der Struktur, wenn ihr es hier jetzt seht, klar, auch ein bisschen Seitwärtsphase. Bitcoin gefällt mir aber da deutlich, deutlich besser. Wir hatten bei Ethereum nochmal einen größeren Wig nach unten. Der sollte meines Erachtens nach hier auf dem 2-Stunden-Chart noch gefüllt werden. Deswegen gehen wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Timeframe, schauen uns das auch mal hier an. Da seht ihr, okay, da ist schon noch ein bisschen was am Volumen drinnen. Plus dann eben diese größere Demand-Zone bei den 1.607. Aber fraglich, ob diese 1.607-Region wirklich hält. Für mich persönlich müsste es nochmal ein bisschen tiefer gehen, zumindest hier in dem Bereich der 1.584. Das ist so momentan hier so mein Long-Szenario, so kurz vorm Golden Pocket. Und weil ich es ja gerade eben schon bei Bitcoin gesagt habe, mit so Vergangenheit, Support, Widerstände und sowas, passt das hier nämlich auch sehr, sehr gut. Also da seht ihr auch hier, wir hatten diesen dramatischen Abverkauf oder in Anführungszeichen dramatischen Abverkauf. Ihr wisst, was ich meine. Dann diese krasse Seitwärtsphase. Erinnert euch bei Bitcoin, um nochmal ganz kurz rüber zu schwitzen. Das ist so dieser Bereich, den wir hier hatten. Den haben wir bei Ethereum hier. Und deswegen würde ich hier gerne so in dem Bereich der 1.585 US-Dollar eine Long-Position positionieren. Aber auch hier werde ich natürlich nochmal gegebenenfalls Updates da lassen, sollte ich dort in den Trade reingehen. Aber momentan ist es so, jetzt der Stand 1.586 rum, kurz vor dieser, sag ich mal, vor dem Ende des Voids oder kurz vor dieser Ineffizienz. Und dann, sag ich mal, den Long nach oben hin mitnehmen. Aber auch hier gibt es natürlich das zweite Szenario, sollte Ethereum genauso wie Bitcoin jetzt deutlich, deutlich bullischer unterwegs sein. Und wir kriegen jetzt weiterhin bullische News. Dann gehen wir sehr wahrscheinlich erst hier hoch, greifen uns die Liquidität bei den 1.780. Und dann, Freunde, dann werde ich auf jeden Fall short gehen. Dieses Mal werde ich short gehen und dann eben, dass wir beim zweiten Versuch hier unten dann in Richtung Golden Pocket, beziehungsweise in diese Area von 1.585, 1.587 US-Dollar dann runterkommen. Aber hier oben warten wir jetzt erstmal ab, was der Donnerstag bringt. Donnerstag ist immer so ein bisschen Reversal-Tag. Ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil wir halt jetzt gestern schon ein bisschen das Reversal hatten. Deswegen Limit Orders weiterhin tabu für mich. Erst einmal, wir warten jetzt mal ab, wie sich die nächsten Stunden so entwickeln. Denn momentan gehe ich ganz ehrlich ein bisschen eher davon aus, dass wir nochmal ein bisschen tiefer gehen jetzt so die nächsten Stunden. Und ja, warten wir jetzt einfach mal ab. So, dann will ich noch ein ganz kurzes Statement zu Gold abgeben. Wir sind weiterhin im Trade. Wir wurden hier um 3,5 Dollar oder 3 Dollar wurden wir hier nicht ausgestoppt. Glück gehabt. Stop-Loss erst einmal richtig gesetzt. Aber ich bin nicht zufrieden mit dem Trade. Also sollten wir hier in Richtung Entry gehen, werde ich den Trade sehr, sehr wahrscheinlich schließen. Einfach um hier nicht größere Verluste zu machen. Momentan hält es sich noch in Grenzen. Aber ich sage jetzt mal so, wir warten jetzt nochmal ein bisschen ab. Stop-Loss nicht gehittet. Volumen kommt hier langsam raus. Also die Chance bestünde für uns, dass wir hier zumindest mal ein kleines Reversal endlich sehen. Gut, dann gehen wir noch ganz kurz zu den News. Credit Suisse Bankenkrise weitet sich auf Europa aus. Ja, wir haben es ja gerade, oder am Anfang des Videos habe ich es ja gesagt. Sie wird eh gerettet. Geld wird gedruckt. Es werden, Banken werden niemals fallen wahrscheinlich. Oder es wird, wenn dann, eine Bank fallen gelassen und die anderen werden dann gerettet mit Fiat, Printing, Money und fertig. So läuft das Spiel. Inflation wird dann wieder steigen. Krypto hoffentlich auch. Sichert euch ab. Krypto, Gold. Es gibt genügend Sachen, die in solchen Zeiten zumindest das Kapital ein bisschen Schutz. Ich habe es gestern schon im Livestream gesagt. Übrigens heute Abend auch wieder Livestream um 19 Uhr auf den Kanal. Wer Bock hat dabei zu sein. Alles runter von den Banken. Ganz ehrlich, bevor da irgendwas ist, runter von den Banken damit. Habt nur das Nötige drauf. Vielleicht euer Gehalt, um eure Miete zu zahlen. Und ansonsten zieht den ganzen Scheiß ab. Und dann ganz ehrlich, lieber Bargeld an 1 oder 2% Zinsen auf der Bank. Und plötzlich geht die Bank pleite. Nur mal so ein kleiner Kommentar von mir. Aber vielleicht bin ich da wieder ein bisschen zu viel mit Verschwörungstheorien unterwegs. Aber wer weiß das schon. Will ich jetzt auch nicht zu viel sagen. Auf jeden Fall würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Kanal abonnieren, Telegram-Gruppe reinjoinen. Wir hören uns später zu einem Altcoin-Update-Video wieder. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Bis heute Abend oder bis heute Mittag. Video, abends Livestream. Freue ich mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto. Und wie immer. Und wie immer. Und wie immer. Und wie immer.